Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Von einem unglücklichen Tier kommen nicht so gute Steaks wie diese hier. Zu Hause ist meine Mutter für den Grill und das Braten zuständig. Das ist in Argentinien sehr beliebt. Mein Name ist Dario Cecchini. Ich bin Metzger in Pansano, in Chianti, einem kleinen Ort mit 1000 Einwohnern mitten in der Toskana. Ich habe es mit verschiedenen Tieren versucht, bis ich auf die Longhorns gestoßen bin. Ich mochte diese Rasse. Sie sehen sexy aus. So weit Rindfleisch betroffen ist, ist der große Unterschied in Japan, dass wir es als Beilage essen. Der Geschmack ist intensiv und bleibt lange im Mund. Das Fleisch von Tieren, das sich von Gras ernährt, besser, gesünder und schmackhafter ist, als das von Tieren, wie Getreide oder Reis fressen. Fleisch von Rindern, die sich ausschließlich von Gras ernähren. Ob wir es mögen oder nicht, das ist die Zukunft. Nur so können wir weiterhin Fleisch essen, ohne dabei unseren Planeten zu verbrennen. Man sollte das nutzen, was das Land hergibt. Und vergessen Sie niemals, to beef or not to beef.